Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar mit dem neuen Kapitel Review zu One Piece Kapitel 965 mit dem Titel die Kurozumi Verschwörung. Und ich sag's euch gleich mal vorweg, das wird eines der epischsten Kapitel die ihr je gesehen habt. Für mich eines der besten Kapitel von Wano Kuni auf jeden Fall und wenn nicht sogar eines der besten Kapitel in ganz One Piece. Aber einen ganz kurzen Moment müsst ihr euch noch gedulden, denn wie immer kommt zuerst einmal das Intro. Und fangen wir wie immer mit der Coverpage an und hier sehen wir die Capone Bande, wie sie die KM Piraten besiegt haben, wie es einfach nun mal immer in so einer Coverpage passiert. Nicht weiter spannend, deswegen gehen wir auch direkt mal wieder rüber zum Kapitel. Odens Reise geht weiter und er ist ziemlich beeindruckt darüber wie groß die Welt denn eigentlich ist. Er ist momentan in einem Gespräch mit Toki vertieft und fragt sie woher sie kommt, sie weiß es aber leider nicht, ihre Eltern sagten einfach nur die ganze Zeit, dass sie alle aus Wano Kuni stammen. Der Junge Marco, der Junge Josu und auch der Junge Vista beobachten sie und freuen sie einfach nur darüber, dass Oden und Toki ineinander mittlerweile wohl verliebt sind. Zumindest Toki in Oden, denn Oden ist so ein Typ, der das eher nicht so ganz checkt, wenn eine Frau was von ihm möchte. Die Whitebeard Piratenbande haut währenddessen vor der Marine ab und Oden ist ganz verwundert und sagt sich, hey warum kämpfen wir eigentlich nicht gegen die Leute. Whitebeard erklärt, dass eben Wano Kuni bisher einfach noch ein freies Land ist. Also scheinbar möchte Whitebeard nicht, dass die Marine unbedingt so sehr darüber Bescheid weiß, dass ein Samurai aus Wano dabei ist, um Wano Kuni einfach ein bisschen von der Weltregierung fernzuhalten. Dann irgendwann während dieser Reise wird nämlich Momonosuke auch geboren und zwar direkt auf dem Schiff vom Whitebeard. Iso hat daraufhin natürlich erstmal was zu meckern und sagt, hey Oden, du hast jetzt Familie, möchtest du nicht zurück nach Wano, die Leute jagen dich. Es wäre sicherlich sicherer für seine Familie, wenn sie in Wano wären. Oden sagt einfach nur daraufhin, ich habe meine Antwort aber noch nicht gefunden. Ich frage mich jetzt nur die ganze Zeit die Antwort auf welche Frage denn? Du wolltest doch eigentlich nur Abenteuer erleben und nicht irgendeine Frage beantworten. Naja, aber auf jeden Fall ist Toki damit einverstanden, dass sie auf Whitebeards Schiff bleiben. Die Bande von Whitebeard wird mit der Zeit immer größer und so entschließt er sich, Divisionen zu gründen. Und hier hat er jetzt am Anfang mal sechs Divisionen, im Gegensatz zu seinen 16, die er dann später haben wird. Und Oden soll der Chef der zweiten Division werden und wir haben es ja immer gewusst. Deswegen war auch dieser Platz so lange unbesetzt, weil einfach nur zur Ehre von Oden Kotsuki. Doch Oden sieht so aus, als hätte er absolut keinen Bock Verantwortung zu übernehmen. Hey, ich will mir eigentlich einfach nur prügeln. Warum soll ich jetzt auf die Leute aufpassen? Ich habe keinen Bock darauf. Die Whitebeard Piraten landen dann auf irgendeiner Insel und dort schließt sich ein weißen Junge der Whitebeard Piratenbahn an. Denn er sagt, er hätte sonst nirgends wo, wo er hingehen könnte. Und dieser weißen Junge ist niemand anderes als Marshall D. Teach alias Blackbeard. Und es ist wirklich die Frage, ob er damals wohl schon diesen Plan hatte. Ich denke aber nicht. Ich denke, seinen komischen Machtplan hatte er erst irgendwann während seiner Reise mit dem Whitebeard Piraten entwickelt. Denn ich glaube, selbst der kleine Teach wusste damals noch nicht so wirklich, was er tut. Währenddessen in Wano ist Sukiyaki todeskrank. Da Oden nicht da ist, muss wohl ein anderer der neue Shogun werden. Und deswegen soll der Shogun auf Zeit nämlich niemand anderes sein als Orochi. Wir sehen bei dem ganzen Treffen auch die verschiedenen Daimyos von Wano Kuni. Und einer davon sieht ziemlich stark aus wie Ushimaru Shimotsuki. Und wenn man sich das Bild genauer anguckt, er ähnelt halt doch schon verdammt stark Zoro, oder nicht? Also ganz ehrlich, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das findet, ob ich nur das so sehe. Aber das sieht halt schon aus wie ein Zoro. Und das würde bedeuten, Zoro ist verwandt mit Yasui. Was natürlich auch wieder interessant wäre, da er ja so viel Zeit mit Yasui verbracht hat und sie sich so gemocht haben und so. Wäre schon ganz cool. Auf jeden Fall kriegen wir dann einen Flashback von Orochi. Und Orochi unterhält sich mit irgendeiner alten Hexe. Diese sagt, oh du, irgendwann wirst du Shogun sein, ich sehe es in deiner Zukunft. Observationshaki? Sie erzählt auf jeden Fall, dass Sukiyakis Vater, also der Vater von Odens Vater, ja so rum ist es richtig, also Odens Opa, eigentlich keine Kinder zeugen konnte. Und deshalb hatten sich die anderen fünf Daimyo schon überlegt, wer könnte denn in Zukunft Wano Kuni leiten, denn die Kutsugis haben einfach niemanden, der es beerben kann. Das Ganze ging wohl so ein bisschen in Streitereien über und einer dieser Clans war nämlich der Kurozumi-Clan, also der Clan, woher Orochi kommt. Also um es euch mal ein bisschen genauer zu sagen, insgesamt gab es fünf Clans. Wir hatten den Fu-Getsu-Clan, der sogenannte Windmond. Wir hatten die Amazukis, wo auch Toki dazu gehört, der Himmelsmond. Wir hatten die Shimotsukis, der Frostmond, wo zum Beispiel eben Ushimaru, also der, wo das Wado Ichimonji gebaut hat, oder auch Yasui und auch Ryuma dazu gehörten. Und wir haben noch Utsuki, den Regenmond und hier möchte ich bald eine kleine Theorie raushauen, aber das nimmt das Ganze mal noch ein bisschen vorsichtig. Aber wir hatten schon mal einen Charakter in Wano Kuni, in One Piece, der etwas mit Regen zu tun hatte, der etwas mit Schwertkämpfen zu tun hatte. Und zwar niemand anderes als Shiryu des Regens. Shiryu aus Wano? Hmm, sind wir mal gespannt. Wenn wir uns die Silhouetten anschauen, und zwar der Chef, also der Daimyo der Utsukis, hat auch hier so eine Haarlocke. Sieht von der Silhouette auch so ein bisschen aus wie Iso. Also auch das könnte vielleicht irgendwie in irgendeiner Form, wir wissen ja, dass die aus so einer Tänzerfamilie stammen. Und diese Tänzerfamilie könnte ja irgendwie so ein Abkömmlings-Clan sein von den Utsukis. Wir kennen es ja hier mit Naruto mit Clan und Abkömmlings- und Spost-Clan. Und hier haben wir den Biakugan-Clan und dann den Unter-Biakugan-Clan. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Hinata, Hinata und Neji. Hyuga, genau. Hyuga-Clan. Wir hatten ja diesen Hauptstamm-Clan, wo Hinata war. Und wir hatten diesen Nebenstamm-Clan, wo dann zum Beispiel Neji war. Ähnlich könnte es ja auch auf Wano Kuni gewesen sein. Wir wissen das nicht. Und zu guter Letzt, wie gesagt, der Kurozumi-Clan, die schwarze Kohle, wie es übersetzt heißt, der einzige Clan, der nichts mit dem Mond im Namen zu tun hat, komischerweise. Und da war halt eben Orochi mit dabei. Orochis Opa vergiftete daraufhin die anderen Daimyos. Ist das möglicherweise auch ein Grund, warum der Daimyo von Shimotsuki, also vom Shimotsuki-Clan, möglicherweise mit dem Piraten-Schiff, äh, mit dem Schiff aus Wano Kuni geflohen ist, um im East Blue zu landen? Hat das möglicherweise was damit zu tun, dass er auf diese ganze Querelereien keinen Bock mehr hatte? Weil er kurz vorm Tod stand. Weil er kurz vorm Tod stand. Tut mir leid. Naja, komisch. Auf jeden Fall wurden diese ganzen Pläne der doch vereitelt, denn aus irgendeinem Grund irgendwie hat Sukiyakis Vater, also Odens Opa, es doch geschafft, ähm, Sukiyaki zu erzeugen. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie man erst keine Kinder kriegen kann und dann doch auf einmal ein Kind hat, aber naja gut, ist so eine Sache. Auf jeden Fall wurde dabei auch die ganze Kurozumi-Verschwörung aufgedeckt und die Kurozumis wurden verbannt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, aus welchem Land die Kurozumis kommen, beziehungsweise, äh, ähm, die Kurozumis, welches Land sie regierten, da könnte es möglicherweise gut sein, dass sie Kuri regiert haben. Die Kurozumis hatten Kuri und die Kurozumis waren halt eher schon immer wahrscheinlich so faul und, ja, etwas verblödet und sowas. Haben es nicht ganz hingekriegt und dann mit dem Fall der Kurozumis, wo Kuri dann einfach so ein freies Land sozusagen war, ist es halt komplett in den Abgrund gerannt, weil vorher war, haben sie die Leute wahrscheinlich schon scheiße behandelt und die Leute, die dort waren, waren schon eher so krimineller drauf. Und als dann nicht mal mehr jemand war, um sie zu beobachten, keine Regierung mehr sozusagen in Kuri, ist es halt komplett in die Katastrophe geraten und das ist dann das Kuri geworden, was wir heutzutage in Wano Kuni sehen. Die alte Hexe gibt uns aber noch weitere interessante Informationen. Und zwar sagt sie, sie wäre längere Zeit wohl nicht auf Wano Kuni gewesen, also war sie wohl auf irgendeiner Art Reise. Und sie zeigt uns auch die Teufelsfrucht, die sie hat. Und diese Teufelsfrucht ist nichts anderes als die Mane Mane Nomi, also die Transemfrucht, welche wir später bei Mr. 2 Bon Curry gesehen haben. Das heißt also auf jeden Fall, diese alte Hexe muss in der Zeit irgendwann gestorben sein und irgendwie ist diese Frucht dann in Bon Currys Händen gelandet. Doch sie hat die Frucht wohl ein bisschen besser drauf als Mr. 2, würde ich mal behaupten. Und sie verwandelt sich auch in verschiedene Personen. Sie verwandelt sich zum einen einfach in den jungen Orochi, um ihn ein bisschen zu erschrecken. Sie verwandelt sich aber auch in eine junge Dame. Und diese junge Dame sieht aus wie eine junge Shinobi, so wie wir es früher mal in einem anderen älteren Kapitel gesehen haben. Was schon interessant ist, denn das würde irgendwie zeigen, hat Shinobi möglicherweise mit der alten Hexe was zu tun? Ich meine, es wäre ja so, man muss ja letzten Endes irgendwie das Gesicht von jemandem berühren, um sich eben in denjenigen verwandeln zu können mit der Transemfrucht. Wäre natürlich einfacher, wenn die zwei zusammenarbeiten. Und das würde natürlich nochmal bekräftigen, dass Shinobu letzten Endes die Verräterin ist. Zudem verwandelt sie sich dann aber nochmal in einen jungen Herren. Und dieser sieht eins zu eins aus wie Shiki, nur halt ohne Bart. Er sieht aus wie ein junger Shiki. Man sieht es hier an diesen Augenbrauen, die halt so komisch geformt sind. Das muss letzten Endes Shiki sein. Und wenn es Shiki ist, bedeutet es, in irgendeiner Form hat sie Shiki berührt. Und hier lässt sich jetzt natürlich eins und eins zusammenzählen. Sie war lange Zeit auf Reisen. Sie hat Shikis Gesicht irgendwie gespeichert. Na? Kommt ihr drauf? Ich glaube, dass diese alte Hexe auch ein ehemaliges Mitglied der Rockspiraten ist. Und irgendwie ist es schon ein Zufall, dass sie da war und dann später kam Kaido. Möglicherweise gibt es da von so einigen Rocksmitgliedern so Pläne, die irgendwie alle ineinander übergreifen. Vielleicht haben sie und Kaido auch sozusagen zusammengearbeitet. Denn wie wir wissen, wussten die Rocks ja über viele Geheimnisse der Welt Bescheid. Und sie wussten wahrscheinlich auch über Wano Kuni Bescheid. Und dass Wano Kuni eben in diesem White Sensory und was die Porno Glyphe angeht, einen Riesenteil der Geschichte mitspielt. Hm. Aber das ist auch mal eine Theorie. Da wird auch in den nächsten paar Tagen auch nochmal ein Video dazu kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Sie hilft Orochi dabei, dass sie der neue Shogun wird. Und zwar verwandelt sie sich zum einen in Oden. Und auch das bedeutet wieder, sie muss irgendwie Oden berührt haben. Aber vielleicht hat sie sich einfach in Orochi verwandelt. Orochi hat einmal gemacht so. Und seitdem kann sie das. Wer weiß. Und stellt Orochi vor als, boah der ist so toll. Und das ist mein kleiner Bruder. Und ich habe ihn voll lieb. Und so ist er letzten Endes zu Yasui gekommen. Später dann, als Orochi schon für Sukiyaki arbeitet. Also für den heutigen oder damaligen Shogun. Hat sie sich in diesen Shogun verwandelt. Und hat gesagt, da Oden nicht da ist, soll Orochi der nächste Shogun auf Zeit werden. Möglicherweise war Sukiyaki zu diesem Zeitpunkt einfach schon tot. Und so haben sie es geschafft, dass Orochi wirklich ein Shogun wird. Auf jeden Fall sagt sie zu Orochi auch, er soll möglichst viel Gold ansammeln. Deswegen bettelt er die ganze Zeit auch Gold. Er soll Waffen bauen und und und. Ich habe auch schon mal die Theorie gehört, dass sie möglicherweise ein Teil dem CP Zero ist. Aber das finde ich jetzt doch irgendwie eher... Naja, schwierig. Die Whitebeard Piraten währenddessen kommen auf einer Insel an. Und zwar eine Insel, die wir durchaus schon kennen. Denn auf dieser Insel hat sowohl Ruffy als auch Rayleigh trainiert. Beziehungsweise Rayleigh hat Ruffy trainiert. Und wir sehen auch wieder diese ganzen groß zu groß gewordenen Tiere. Sie rennen panisch weg. Und hier gehe ich davon aus, dass wohl irgendjemand so ein mächtiges Haki gehabt hat. Der die ganzen Tiere erschreckt hat. Und wir können uns auch denken, wer das war. Denn kurz darauf sehen wir niemand anderes als die Roger Piraten Bande. Bam, Mann. Und hier sehen wir wirklich alle möglichen Mitglieder. Wir sehen zum einen einen Roger. Der sieht einfach so mega buffed aus mit Muskelmasse bis zum geht nicht mehr. Richtig geiles Bild. Wir sehen natürlich auch Rayleigh, der in dem Panel mittlerweile schon 52 Jahre alt ist. Und trotzdem immer noch jung und knackig aussieht. Also, schätze ich mal, dass es knackig ist. Wir sehen auch natürlich Krokos, der mittlerweile dabei ist. Denn immerhin spielt das Ganze kurz vor der Exekution von Roger und kurz bevor sie das One Piece finden. Wir sehen auch einen jungen Shanks, der überraschenderweise mit einer Schokolade in der Hand da rumsteht. Und wirklich gewisse Ähnlichkeiten mit Ruffy hat. Also, so könnte ich mir auch Ruffy vorstellen. Interessanterweise sehen wir auch einen Fischmenschen in der Bande. Das wussten wir bisher auch nicht. Wir sehen aber nicht Seagull. Einer der wenigen namentlich genannten Roger Piraten. Hm, komisch wo der ist. Und, zu allem Überfluss, wir sehen Skopagaban. Und das bedeutet, wir können diese Theorie Skopagaban ist gleich Denjiro endlich mal in die Tonne schmeißen. Natürlich verstärkt es gleichzeitig die Theorien, dass Denjiro möglicherweise Koshiro ist. Oder Denjiro möglicherweise Kiyoshiro ist. Aber na gut, da müssen wir auf weitere Indizien erstmal warten. Auf jeden Fall sagt Roger, ja, er ist so langsam echt krank und sowas. Und ihm ist alles zu langweilig. Die Marine, wo die hier rumstrandt, ist scheiße. Bringt mir Sengok, bringt mir Garp. Die können wenigstens was. Und er hört davon, dass die Whitebeard Piraten in der Nähe sind. Und sagt, boah geil. Ich möchte ein Battle mit ihm. Möglicherweise mein letztes Battle mit ihm. Und wir könnten wirklich im nächsten Kapitel einen Kampf zwischen Roger und Whitebeard sehen. Das wird mega episch. Das Ganze könnte auch dann irgendwann zu dieser Szene frühen, die wir ganz, ganz früher gesehen haben. Wo sowohl Roger als auch Whitebeard zusammen Sake trinken. In einem Wald voller Kirschblüten. Was ja zu Wano Kuni passen würde. Wo Roger dann Whitebeard eben von den D-Clan erzählen wollte. Und von den ganzen Geheimnissen und sowas. Wo dann einfach mittendrin abgebrochen wurde. Und genau diese Szene könnten wir jetzt nochmal zu Gesicht bekommen. Nur eben weitergeführt. Wir hören ein bisschen mehr vom D-Clan. Ein bisschen mehr vom One Piece. Pi-Pa-Po. Und auch das ist einer der Gründe, warum dieses Kapitel mega epochal ist. Wenn es wirklich zum Kampf aber zwischen Whitebeard und Roger im nächsten Kapitel kommt. Wird dieses Kapitel nochmal geiler. Oh mein Gott. Und nächste Woche ist glaube ich das letzte Kapitel für dieses Jahr. Da muss es natürlich zum Kampf zwischen Roger und Whitebeard kommen. Ich sage hier, Roger Whitebeard Kampf. Nächstes Kapitel bestätigt. Auf jeden Fall hoffe ich dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja wie immer einen Like und ein Abo dalassen. Und bis zum nächsten Video. Wünsche euch wie immer viel Spaß. Haut rein. Und ciao.